Hallöchen, Michis Booster. Ich bin mal auf Strecke. Der Karlsson hat gerade schon den Geist aufgegeben. Ich war heute schon mal hier. Da stand da noch kein Lkw im Navi einstellen. Jetzt steht da genau ein Lkw. Das ist natürlich so eine Geschichte. So, aber nach links habe ich ja ein bisschen Strecke. Da könnten ein paar neue Messungen, gute Messungen kommen. Ja, der Mosel ist gut drauf. Schüttel. Da muss ich hier mal direkt anders fahren. Der hat nämlich jetzt direkt einen Schlag hier in dem Loch gekriegt. Da muss ich mal ganz anders stellen. Schauen wir mal. Boah, ist der schnell. Der bremst nicht. Ich guck dir das denn an. Boah, aber der ist schnell, ey. Der gibt's doch nicht. Ich bin ja jetzt mal gespannt, was der hat. Verstehe ich nicht. Der war topfit und frisch. Und jetzt hat er irgendwas. Guck mal, wie weit der weg ist. Die Messung ist bestimmt nicht schlecht, deswegen mach ich das Video nicht aus. 110, 120, keine Ahnung. Ist vielleicht ein Stecker ab. Boah, hat der auf einmal Speed gemacht. Vom Allergemeinsten. Guck mal, wie weit der weg ist. Seht das mal an. Aber gleich sind wir da. Ich sehe da irgendwas liegen. Das sieht aus wie ein Akku oder keine Ahnung. Boah, der war so cool, der Lauf. Ich hab da Alubaggie noch bei. Und noch so ein Buggychen. Da liegt ein Akku. Knapp Shorty. Beide Akkus liegen da. Oder? Hauptsache nicht abgefackelt. Ich bin mal auf die Messung gespannt jetzt. Guck mal, da liegt alles. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Also es sah nicht langsam aus. 104. Also ich hab gedacht, was schneller. Ja, dann sag ich erst mal Schüssi hier. ... ... ...